Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Jetzt nach einer Woche Pause ist es jetzt mal wieder an der Zeit, dass wir auch hier wieder in einen vernünftigen Rhythmus kommen. Und so soll es natürlich auch sein, dass nächste Woche am Sonntag auch wieder der Alpcast erscheint und es ab jetzt wieder ohne Verzögerungen weitergeht. Deshalb sollten wir heute nicht zu viel Zeit verplempern und steigen in ein relativ großes Thema ein, dass ich hier auch nochmal zweiteilen möchte innerhalb dieser Episode, nämlich einmal in einen etwas objektiveren Blick von außen sozusagen. Und auf der anderen Seite möchte ich ein bisschen mehr auch auf die eigenen Erfahrungen hier eingehen, denn da kann ich doch ein bisschen mehr dazu erzählen. Insofern glaube ich, ist hier eine Zweiteilung so nach einer Viertelstunde ganz angemessen. Trotzdem hoffe ich natürlich, auch wenn wir schnell ins Thema einsteigen, dass ihr alle eine wunderschöne Woche hattet und dass ihr auch letzte Woche eine wunderschöne Woche hattet, denn der Alpcast fand ja nicht statt. Ich hoffe, das hat natürlich bei niemandem so die Gemüter eingedrückt, dass es jetzt hier in Richtung einer Depression gehen würde. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Trotzdem bin ich froh, dass ihr auch wieder eingeschalten habt. Insofern, Wetter ist ja aktuell top. Lawinenlage ist eher flop. Insofern für alle Leute, die den Wintersport frönen, ja, die sind aktuell ja doch eher etwas traurig. Alle anderen, die sind vielleicht, naja, ihr könnt euch zumindest freuen, dass jetzt irgendwie ihr nichts verpasst. Nichts Großartiges zumindest. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir in das Thema. Der Titel hat es ja in gewisser Weise schon verraten. Er heißt Solobergsteigen. Das Solobergsteigen ist ja irgendwie etwas Spannendes. Ja, Menschen praktizieren es ja eigentlich schon seit Jahrhunderten, denn in der Geschichte haben wir mit einigen Charakteren immer wieder bewiesen bekommen, dass das Solobergsteigen nicht nur aufregend und interessant ist, sondern auch wegweisend für den Alpinismus war und ist. Legenden der neueren Zeit sozusagen wären beispielsweise Reinhold Messner. Er war ein ganz berühmter Solobergsteiger. Natürlich war er kein ausschließlicher Solobergsteiger. Auch zu dieser Art von Mensch können wir dann gleich nochmal springen. Aber Reinhold Messner beispielsweise hat einige seiner größten Erfolge jedenfalls Solo erfahren. Und dazu zählt jedenfalls auch die Besteigung des Nanga-Pabat-Solo beispielsweise. All das soll aber die Erfolge, die man zu zweit und zu dritt feiern kann, jedenfalls nicht trüben. Doch dass das Solobergsteigen ganz, ganz anders ist und ganz anders funktioniert und eine psychische, aber auch tatsächlich physiologische mehr größere Herausforderung ist, ein größerer Mehraufwand ist, als das Bergsteigen in einer Gruppe, das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Aber wenn wir auch in die weitere Vergangenheit hineinschauen, auch da finden wir vereinzelt Solobergsteiger, die nicht nur aufgrund ihrer Aktivitäten Solo so unfassbar erfolgreich oder berühmt wurden, sondern auch aufgrund der Leistungen ganz isoliert. Selbst wenn die das zu zweit gemacht hätten, wäre das kein kleinerer Erfolg gewesen. Ich denke da beispielsweise an Hermann Buhl und Konsorten. Hier gibt es natürlich einige Namen, die gerade auch in der ferneren Vergangenheit auch sehr gut dokumentiert haben, wie es denn so ist, wenn man auf 6000 Meter, auf 5000 Meter oder vielleicht auch in sehr schweren Kletterwänden der Alten vollkommen allein und isoliert unterwegs ist. Die literarischen Aufzeichnungen sind jedenfalls sehr, sehr spannend. Beispielsweise das Buch 8000 drüber und drunter und drunter und drüber, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, von Hermann Buhl. Da wird das zum Beispiel sehr, sehr gut erklärt, wie auch die Anfänge des Solobergsteigens so funktioniert haben damals. Hermann Buhl beispielsweise stieg damit ein, dass er einfach alleine irgendwo im Karwendel umherirrte und letztlich dann vielleicht ein, zwei Leute fand, die ihm irgendwie noch geholfen haben, wenn er nicht mehr weiterkam oder wenn er irgendwie festgesteckt ist. Also all das, all diese Anfänge des Solobergsteigens, die sind mehr oder weniger gut dokumentiert und zeigen auch dadurch sehr gut, dass so ein Solobergsteiger definitiv auch den ein oder anderen holprigen Start erleben kann. Holprig sollte es aber gerade nur zu Beginn sein, denn das Holprige ist das, was man sich als Solobergsteiger letztlich definitiv nie erlauben kann. Schauen wir uns zum Beispiel die richtig, richtig schweren Projekte der Solobergsteiger an, den Nanga Parbat von Reinhold Messner. Wenn hier Kleinigkeiten schief gehen, dann ist das definitiv ein Todesurteil, denn diese Kleinigkeiten können nicht im Team-Effort, im Teamwork gelöst werden, sondern sie müssen trotzdem alleine bewältigt werden und das kann definitiv große und schwerwiegende Konsequenzen mit sich tragen. Beispielsweise wäre da ein kaputter Kocher. Wenn ein Kocher kaputt geht, dann kann man das vielleicht zu zweit lösen, weil der zweite immer noch einen Kocher hat. Wenn man aber alleine ist, dann gehen einem irgendwie die Alternativen aus. Insofern wird es dann schon schwierig, sich selbst irgendwie warm zu halten oder sich Essen zuzubereiten. Das ist natürlich irgendwo hier in den Alpen oder im Hügel landet kein großes Problem, jedoch definitiv ein großes Problem auf 7000 Metern Höhe, bei Eises Kälte beispielsweise. Das alles verdeutlicht also, ja, das Solo-Bergsteigen ist in seiner Komplexität manchmal vielleicht gar nicht so viel schwieriger, aber in den Konsequenzen, wenn Fehler passieren. Das Ganze kann man auch sehr, sehr banal runterbrechen, wenn man beispielsweise eine Hochtour geht. Eine einfache Hochtour hier irgendwo in den Ostalten. Geht man diese Hochtour zu dritt, da ist eine Hochtour grundsätzlich immer ein sehr, sehr sicheres Unterfangen. Klar, technisch müssen alle Menschen vorbereitet sein, aber grundsätzlich kann nicht sehr viel schief gehen, wenn alle gut vorbereitet sind. Reduzieren wir diese drei Personen nun auf zwei Personen, dann wird es in manchen Situationen vielleicht schon spannender. Manchmal kann es nämlich sein, dass beispielsweise ein Spaltensturz zu heftig ist und somit die Mitreisgefahr steigt und vielleicht die zweite Person oberhalb der Spalte den Sturz nicht mehr bremsen kann. Aber reduzieren wir das Ganze jetzt nochmal auf eine Person. Wenn eine Person in die Gletscherspalte fällt, dann ist sie definitiv unten und ist darauf angewiesen, dass sie Glück hat. Denn entweder die Spalte ist nicht sehr tief oder die Person hat sich nicht wirklich verletzt oder jemand hat das gesehen und hilft dann irgendwie und seilt sich in die Spalte ab und versucht da irgendwie unterstützend zu sein und so weiter. Das alles ist aber dann definitiv wieder nur abhängig von externen Faktoren. Man überlässt sich selbst also in gewisser Weise einerseits dem Glück und andererseits der Natur. Und diese beiden Komponenten, die treten immer stärker auf, je weniger Personen innerhalb eines Vorhabens involviert sind. Das bedeutet, zu fünft sind wir sehr, sehr sicher unterwegs. Wir haben, wenn eine Person ausfällt, immer noch vier Personen, die sich darüber beraten können, wie sie nun helfen können oder eine Person retten können. Ist man nur noch zu zweit, wird das Ganze schwieriger und ist man allein, dann hat man gar niemanden mehr, mit dem man sich beraten kann. Dann ist man selbst das Problem und muss gleichzeitig aber auch die Lösung parat haben, da es niemanden mehr gibt, der einem helfen kann. Die fehlende Hilfe ist jedenfalls etwas, was psychisch belastend sein kann. Und Solo-Bergsteiger haben hier ein großes, großes Problem, das Gruppenbergsteiger definitiv nicht haben. Sie müssen auf der einen Seite mit der sportlichen und physiologischen Überwindung kämpfen, die Dinge wirklich anzugehen. Gehen wir zum Beispiel davon aus, ihr oder ich möchte jetzt beispielsweise trainieren gehen. Ich möchte laufen gehen. Ich gehe eine Laufrunde, ich suche mir hier eine in der Gegend aus, keine Ahnung, zehn Kilometer lang und ich möchte alleine gehen. Dann ist die Überwindung, das zu tun, definitiv größer bei uns Menschen, als wenn eine ganze Gruppe bereits das geplant hat und mich nun fragt, ob ich mich ihr anschließen möchte. In dieser Gruppe, da vergeht die Zeit schneller. Das weiß man selbst, wenn man schon mal irgendwie mit einem guten Kollegen unterwegs war, irgendwo in den Bergen. Dann weiß man ganz genau, wenn man viel zu tratschen hat, wenn man viel hat, worüber man sich unterhalten kann, dann vergeht die Zeit und es fällt gar nicht so wirklich auf, dass irgendwie die Kilometer so schwinden und auch die Höhenmeter einfach so ganz leicht von der Schulter gehen. All das ist ein Effekt, der natürlich nur psychisch bedingt ist. Das entsteht in unserem Kopf. Es passiert nichts wirklich schneller tatsächlich, sondern wir vertreiben uns die Zeit während einer vielleicht etwas langweiligeren oder langwierigeren Tätigkeit einfach besser oder anders, sodass eben dann eine neue Beschäftigung im Fokus steht und eine andere Beschäftigung im Hintergrund so passiert. Nun sind hier natürlich die Möglichkeiten für Solo-Bergsteiger sehr begrenzt. Ja, sie könnten sich höchstens noch mit sich selber oder ihrem Pickel oder ihrem Eisgerät unterhalten, aber hier endet dann eigentlich auch schon die Möglichkeit der Gestaltung. Deshalb sollte man hier ganz, ganz klar sagen, das Solo-Bergsteigen ist eine psychische Herausforderung, vor allem wenn es darum geht, etwas durchzuhalten, etwas durchzuziehen. Gehen wir beispielsweise davon aus, du hast jetzt ein absolut riesiges Projekt vor dir. Du weißt nicht wirklich, ob du es auch nur ansatzweise schaffen kannst, aber du möchtest es zumindest probieren. Gut, das sind beispielsweise, keine Ahnung, 60 Kilometer an einem Tag in den Bergen zurücklegen. Das hast du noch nie gemacht, auch noch nicht ansatzweise, aber du hast dir eine schöne Route rausgesucht und du willst die jetzt schaffen. Zu zweit oder zu dritt kann man sich gerade nach 30, 40 Kilometern immer noch sehr gut gegenseitig motivieren, sich gegenseitig aufhelfen, sich gegenseitig wieder ablenken, vielleicht von den Blasen, vielleicht von der Müdigkeit, vielleicht auch von den Schmerzen in den Beinen, wie auch immer. Man kann sich gegenseitig, egal in was für eine Art und Weise, sehr, sehr stark unterstützen. Anders ist das aber, wenn man allein unterwegs ist. Hier ist man immer darauf angewiesen, nicht nur, wie wir schon geklärt haben, die Lösung für alle entstehenden Probleme zu sein, sondern auf der anderen Seite auch der Motivator, immer nur für sich selbst sein zu müssen. Man hat also gleichzeitig die Aufgabe, hier in diesem Fall auch wieder die Lösung zu sein und gleichzeitig aber auch mit dem Problem beschäftigt zu sein. Sich selbst zu motivieren, während man gleichzeitig in der Motivation absinkt und es immer schwieriger wird, sich selbst zu motivieren, weil auch immer mehr die Sinnhaftigkeit und die Sinnlosigkeit diese grundlegenden existenziellen Fragen in den Vordergrund rücken. Genau deshalb ist es auch so schwer, so große Projekte vollkommen allein durchzuziehen. Dass es aber unmöglich ist, das haben schon viele Leute bewiesen, dass dem nicht so ist. Beispielsweise eben Hermann Buhl oder Reinhold Messner und viele weitere. David Lama wäre zum Beispiel so ein ganz typisches Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit oder Ueli Steck. Das sind Menschen, die sehr oft alleine unterwegs waren und auch große Projekte alleine geschafft haben. Oftmals unterschätzt wird aber, dass der psychische Vorbereitungskarakter hier ganz, ganz stark bemessen wird, wenn sich diese Personen auf ihre entsprechenden Erlebnisse vorbereitet haben. Diese Menschen sitzen manchmal bei Psychotherapeuten, um sich beraten zu lassen, wie sie am besten sich selbst noch motivieren können, wenn sie in einem Stimmungstief sind. Wie sie schlechte Laune und Müdigkeit in etwas Produktives umwandeln können. All das ist wahnsinnig wichtig, wenn es darum geht, solche großen und psychisch anspruchsvollen Projekte umzusetzen. Und dabei kann es für jeden selbst einen ganz eigenen Rahmen dafür geben, wie groß diese Projekte letztlich sind. Für manche Menschen bedeutet das, zehn Kilometer weit laufen zu gehen. Für andere Menschen bedeutet das, den Nanga Paba zu besteigen. Die Maßstäbe sind immer andere, aber das Ergebnis, wie man damit umgehen sollte und muss, das bleibt letztlich immer gleich. Denn es geht um eine psychische Hürde und eine psychische Überwindung, die hier bearbeitet werden muss. Und hier spielt natürlich auf der einen Seite die psychische Belastbarkeit, die mehr oder weniger anerzogen ist, angeboren vielleicht auch, da bin ich jetzt kein Experte, aber anerzogen jedenfalls, dass diese Linie nach oben verschoben wird, dass diese Messlatte nach oben verschoben wird. Und wenn das über die Zeit gut funktioniert, dann kann man sich Problemen auch genauso gut solo stellen, wie man ihnen vielleicht auch in einer Gruppe begegnen würde. Das alles ist sehr komplex und vor allen Dingen erfordert das eine sehr, sehr gesunde Selbsteinschätzung. Insofern ist das Solo-Bergsteigen hier nicht zu unterschätzen. Und dann können wir auch noch die Komponente der Gefahr mit einkalkulieren. Wir haben ja schon geklärt, dass der Spaltensturz beispielsweise alleine deutlich fataler ist als zu zweit und das auch nochmal fataler als zu dritt und so weiter. Das Ganze kann man aber auch nochmal etwas mehr auf die Spitze treiben. Gehen wir zum Beispiel vom Wintersport aus oder auch von den Achttausendern, wo Lawinen das ganze Jahr über abgehen können und die Lawinengefahr immer eigentlich relativ hoch sein kann. Hier ist es zum Beispiel so, dass viele Menschen alleine unterwegs sind. Sie wissen es ganz genau, dass es gefährlich ist. Sie reden sich aber selbst ein, dass sie die Lage einschätzen können. Wie das endet, das sieht man leider mittlerweile jedes Jahr. Jedes Jahr sterben Solo-Bergsteiger beziehungsweise Solo-Skitouren-Geher irgendwo in den Ostalpen, in den Westalpen bei Skitouren durch ein Lawinenunglück. Diese Menschen sind nicht dementsprechend ausgerüstet, weil sie auch diese Ausrüstung nicht wirklich brauchen werden. Denn sie haben ja kein LVS-Gerät bei sich, denn sie haben ja auch keinen Partner bei sich, der mit deren LVS-Gerät dann letztlich sie suchen könnte. Diese Menschen sind nicht unvorbereitet. Sie sind auf die unvorbereitete Art und Weise der Ausführung vorbereitet. Man könnte natürlich jetzt hier von Fahrlässigkeit sprechen und Verantwortungslosigkeit und Rücksichtslosigkeit. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch den Charakter der eigenen Entscheidung deutlich mehr stärken. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir Menschen immer dazu in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen ihre Konsequenzen abwägen zu können. Natürlich ist das für das Individuum schwierig, denn wenn ein Individuum keine passende Ausbildung im Bereich Lawinenkunde beispielsweise hat, dann kann diese Person auch nicht vernünftig einschätzen, inwieweit das jetzt gefährlich oder ungefährlich ist, hier alleine loszuziehen. Trotzdem sollten wir gleichzeitig nicht vergessen, dass wir Menschen nicht die Sachwalter aller anderen Menschen sind. Ich möchte hier nicht mit so einem liberalen, langweiligen Gedanken an alle Menschen jetzt hier herantreten, aber ich möchte jedenfalls das Selbstbewusstsein stärken, sich selbst auch wieder auf die Dinge einzulassen, von denen man überzeugt ist, dass man sie kann. Das Risiko wächst jedenfalls, das ist ganz, ganz klar. Aber solange wir selbst dafür Verantwortung übernehmen und uns gleichzeitig auch sicher sind, dass wir bestmöglich ausgebildet sind und bestmöglich alle Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernt haben, die wir brauchen, um ein Risiko abschätzen zu können und eine Gefahr letztlich eingehen zu können, solange das gegeben ist, solange können wir letztlich auch für uns selbst sprechen, wenn wir sagen, wir sind Solo-Bergsteiger und wir möchten das gerne genauso mit dem höheren Risiko letztlich probieren. Natürlich werden jetzt viele Leute wieder sagen, naja, man kann ja nicht einfach immer Solo auf Touren gehen, aber ich persönlich verurteile die Menschen nicht, die alleine auf einer Skitour sind. Ja, wir bringen letztlich Menschen in Gefahr damit, wenn sie uns versuchen zu helfen oder versuchen uns zu retten als Solo-Bergsteiger. Das ist richtig, aber das ist bei einer Gruppenverschüttung im Prinzip genau die gleiche Situation, genau das gleiche Szenario, nur dass eben vielleicht mehr Menschen verschüttet sind oder schneller geholfen werden kann. Letztlich stirbt bei einer Lawine derjenige, der vielleicht sie ausgelöst hat oder eben dementsprechend verschüttet wird, wenn es eine spontane Lawine beispielsweise ist. Die Menschen müssen für sich selber entscheiden, ob sie der Meinung sind, dass es das Risiko wert ist oder nicht. Die Solo-Bergsteiger begeben sich oftmals in deutlich größere Gefahren als die Gruppenbergsteiger. Das ist unbestritten. Trotzdem sollte man aber gleichzeitig auch sagen, dass es immer noch einzelne Fälle gibt, wo Solo-Bergsteiger auch andere Menschen in Gefahr bringen können. Und hier möchte ich jetzt auf sehr spezielle Punkte eingehen, die aber das genaue Gegenteil auch sehr gut veranschaulichen. Gehen wir zum Beispiel zum Trendsport-Klettersteige. Es gibt sehr viele Menschen, die gehen nicht nur alleine, sondern auch in einem sehr riskanten Stil Klettersteige hoch, beispielsweise vollkommen ungesichert. Ab einer gewissen Schwierigkeit ist das schon sehr, sehr anspruchsvoll und auch psychisch nicht mehr so leicht. Diese Menschen glauben, sie bringen sich ja nur selber in Gefahr und nicht alle anderen. Das Problem ist aber, dass gerade bei steilen Klettersteigen die Problematik besteht, dass ja Steilstufe beispielsweise sehr oft eine Schlange entsteht, die sich da anreiht. Wenn jetzt ein Solo-Bergsteiger, der ungesichert unterwegs ist, da nach oben hin unterwegs ist und abstürzt, dann trifft er jedenfalls andere Menschen. Das würde mit einem Klettersteig-Set beispielsweise nicht passieren. Gut, aber ihr werdet jetzt sagen, naja, Klettersteig ist ja jetzt irgendwie dumm gewählt, das Beispiel, denn da ist man ja eigentlich oftmals Solo unterwegs und könnte sich durch die Sicherung ja auch relativ sicher bewegen, so wie Leute, die in einer Gruppe unterwegs sind, eben auch. Aber ein anderes Beispiel wäre beispielsweise das Free-Solo-Klettern. Denn wer sich sicher ist, dass er relativ stark klettern kann, der geht vielleicht auch schon mal die ein oder andere Tour ungesichert. Und hier möchte ich jetzt selber auch eine kleine persönliche Anekdote einwerfen, die vielleicht nicht ganz unumstritten ist, aber die jedenfalls wichtig ist, um ein klares Bild auch von meiner Haltung zu kriegen. Ich persönlich bin jemand, der gerne in Sicherheit unterwegs ist oder zumindest so sicher wie möglich. Ich möchte persönlich die maximale Sicherheit in einer Situation ausreizen können, wenn man das jetzt so bezeichnen will. Also gehe ich auf einem Gletscher grundsätzlich mit Seil und nicht unangeseilt, so wie manche das auf einfacheren Gletschern machen, sondern ich mache das trotzdem, auch wenn ich vielleicht schon weiß, dass da irgendwo keine Spalte kommen könnte, sondern ich mache es einfach, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher sein kann, weil ich nicht weiß, wie sich ein Gletscher vielleicht seit zwei Jahren verändert hat und so weiter. Es tut mir einfach nicht weh, deswegen nehme ich grundsätzlich lieber mal ein Seil zur Hand. So einfach ist das und so einfach hande habe ich das. Denn mein Leben ist mir was wert. Ich möchte so viele Berge wie möglich besteigen und ich habe noch sehr, sehr viel in den Bergen vor. Insofern gehe ich hier einfach nicht gerne ein unnötiges Risiko ein. Und ich glaube, das ist das wichtigste Stichwort. Ich gehe kein unnötiges Risiko ein. Ich gehe im Bergsport immer automatisch Risiken ein. Darüber haben wir ja in diesem Podcast auch schon zu Genüge gesprochen. Aber die unnötigen und vermeidbaren Risiken, die möchte ich persönlich eben minimieren. Manchmal jedoch begebe auch ich mich meistens nicht ganz bewusst in Situationen, in denen ich mich selbst eigentlich gar nicht gesehen habe. Beispielsweise vor wenigen Jahren ist es mir passiert, dass ich in der Steiermark auf einem Berg war und den vierten Schwierigkeitsgrad nicht wiedergefunden habe, obwohl ich das so eigentlich gar nicht geplant hatte. Ich bin einfach so blind darauf losgezogen und bin einfach einen immer steiler werdenden Berg hoch. Dieser steiler werdende Berg entwickelte sich irgendwann zu einer Art Grat oder einer Kante, könnte man auch sagen. Und die führte dann eben letztlich auf den Gipfel. Das war mir persönlich nicht bewusst. Ich wusste nicht, auf welchem Berg ich hier war. Ich war relativ naiv unterwegs und wollte einfach mal irgendeinen Berg anpeilen und ja, das habe ich dann eben auch so gemacht. Letztlich war es dann so, dass es sehr, sehr brüchiges Gelände war und sehr, sehr steil wurde und es wurde immer steiler und steiler und steiler. Und irgendwann konnte ich aber eher nicht mehr zurück, sodass ich mich dann allein und ungesichert im vierten Schwierigkeitsgrad im brüchigsten Gelände bei unfassbar viel Steinschlag wiederfand. Zurück wollte ich nicht mehr, denn im 3-Plus-Schwierigkeitsgrad auf so brüchigem Gestein abklettern, das war mir zu gefährlich. Also war die einzige Richtung für mich rauf. Ich war froh, dass ich auf der anderen Seite leichter runter konnte, aber das Risiko hier zu sterben war immens hoch. Jedenfalls ist das aber gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich will auf den Punkt hinaus, dass man das zu zweit sehr viel besser hätte lösen können. Man hätte sich sichern können, man hätte sich auch besser auf die Tour vorbereiten müssen. Man hätte das alles tun können, aber gleichzeitig hilft diese Geschichte auch dabei einzuordnen, was die Konsequenzen sind, wenn ich abgestürzt wäre. Ich wäre abgestürzt. Ich wäre tot. Ich hätte das alles nicht überleben können. Es war viel zu steil, es war viel zu exponiert, aber ich wäre ganz allein für mich verantwortlich gewesen und habe das in diesem Moment auch in Kauf genommen. Ob unfreiwillig oder nicht, ob ich das unfreiwillig oder nicht in Kauf nehme, das fragt hinterher niemand mehr. Das ist auch vollkommen egal. Diese Fragen müssen wir uns auch gar nicht stellen. Wenn wir eine Bergtour nicht überleben, dann ist es vollkommen egal, ob das passiert ist, weil wir es uns ausgesucht haben oder ob es passiert ist, weil wir einfach Pech hatten. Das ist irrelevant, denn eine Bewertung nach dem Tod eines Bergsteigers ist immer, immer unangebracht. Insofern können wir uns das ja auch sparen. Deshalb kann man einfach nur allein die Tatsache betrachten, dass ich für mich allein verantwortlich und vollkommen allein dort unterwegs war. Hätte ich jemand Zweites dabei gehabt, dann hätten wir vielleicht schlechte Standplätze gehabt, weil alles so brüchig und bröselig war. Vielleicht hätten wir gar keine vernünftigen Stände bauen können. Vielleicht wäre ich, wenn ich abgestürzt wäre, dann auf den anderen drauf gefallen. Vielleicht hätte ich einen Steinschlag ausgelöst, der ihn getroffen hätte. All das fällt dann schon wieder in das Spektrum der Verantwortung für andere. Ich übernehme indirekt ja immer Verantwortung für andere. Auch das haben wir in diesem Podcast schon mehrfach besprochen. Doch in diesem Fall ist es einfacher, sich selbst zu sagen, wenn ich das hier jetzt nicht überlebe, eine brisante Situation, aus der ich mich nicht mehr vernünftig hinaus manövrieren kann, in hundertprozentiger Sicherheit, dann bin ich für mich allein dafür verantwortlich und ich werde damit niemand anderen gefährden. Doch wenn wir uns beispielsweise extreme Varianten dieser Geschichte anschauen, schauen wir uns die extremen Bergsteiger in diesem Fall an. Einen Marc-André Leclerc. Dieser Mensch hat es beispielsweise geschafft, mit seinem Alpinismus wahrlich unfassbare Dinge vollkommen allein zu tun. Wenn er stirbt, ist jedenfalls klar, dass er jemanden zurücklässt. Genauso wie ich. Eine Frau, vielleicht Kinder, vielleicht noch Eltern, vielleicht noch Großeltern und so weiter, vielleicht viele Freunde. Wir Menschen lassen diese Menschen zurück, wenn wir am Berg umkommen. Und das ist auch eine psychische Komponente des Solo-Bergsteigens. Denn das Solo-Bergsteigen besteht natürlich daraus, sich selbst zu überwinden, höheres Risiko einzugehen, sich selbst zu überwinden, vielleicht auch mal mit mehr Gefahren umgehen zu können und sich selbst deutlich besser beruhigen zu können, wenn es zu solchen Gefahren kommt. Doch gleichzeitig ist der psychische Anspruch auch der, dass wir durch dieses höhere Risiko letztlich nie wirklich wissen, ob wir auch überleben. Das alles führt am Ende des Tages dazu, dass das psychische, der psychische Aspekt und das psychische Element des Solo-Bergsteigens klar überwiegt. Und auch die physiologischen Probleme, die werden größer, wenn man Solo unterwegs ist. Denn wenn man beispielsweise einen kleinen Unfall hat und sich etwas bricht, dann kann einem niemand irgendwie dabei helfen, noch halbwegs ins Tal zu kommen. Das ist in gut erschlossenen Regionen natürlich nicht so schlimm, in denen es Helikopter und Co. gibt. Aber in schlecht erschlossenen Regionen ist das ein deutlich größeres Problem. Gerade in den kälteren Regionen im Himalaya beispielsweise. Und dann gibt es da natürlich auch noch den Fakt, dass wir, wenn wir allein sind, trotzdem oftmals sehr viel Gepäck schleppen müssen. Beispielsweise, wenn wir drei Tage unterwegs sind mit dem Zelt, dann können wir uns das Gepäck sehr gut aufteilen. Denn man braucht nur ein Zelt für zwei Personen beispielsweise. Jeden Tag trägt das Zelt eben jemand anders. Der physiologische Aspekt wird dadurch kleiner. Wenn wir alleine unterwegs sind, dann müssen wir sehr viel Gepäck tragen, sodass es letztlich dazu kommt, dass wir vielleicht schneller müde sind und das alles deutlich anstrengender wird. Die Kombination dieser Aspekte, also auf der einen Seite, das physiologische Element, was natürlich jetzt nicht riesig ist, aber doch vorhanden ist. Und auf der anderen Seite, der Stressfaktor, der dadurch entsteht, dass man eben trotzdem noch alleine ist und der Mensch eigentlich ein Gruppenwesen ist. Ja, das alles führt am Ende des Tages dazu, dass das Solo-Bergsteigen deutlich, deutlich anspruchsvoller ist und deutlich, deutlich gefährlicher. Es ist auch in gewisser Weise natürlich schwieriger. Es ist also schwieriger, gefährlicher, anspruchsvoller und am Ende des Tages bleibt die Frage, ob man das selbst in Kauf nehmen will. Das höhere Risiko und den höheren Anspruch. Viele Leute, die das machen, machen das aus irgendeiner Intention heraus. Manchmal ist die Intention, dass sie glauben, alles immer im Griff zu haben. Aber ich persönlich glaube nicht daran. Ich glaube, dass das eine Illusion ist. Ich glaube, viele Menschen reden sich einfach nur gerne ein, dass sie alles im Blick haben, dass sie alles unter Kontrolle haben und dass sie sowieso jede Lage einschätzen können. Selbst Bergführern passieren immer wieder Missgeschicke und das sind Menschen, die ja mehr oder weniger jeden zweiten Tag in den Bergen sind. Insofern, man sollte da nicht zu voreilig sein, wenn man glaubt, erfahren zu sein und deshalb nun eine Lage gut einschätzen zu können und deshalb einfach mal auf Tour geht. Also insofern, das ist ein gefährlicher Aspekt, wenn man glaubt, man ist erfahren genug, dass man alleine unterwegs sein kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, ich bin einfach gerne alleine unterwegs. Es ist sozusagen meine Cool-Off-Time vom Alltag, von der Zivilisation, wenn man so will. Das alles ist natürlich absolut berechtigt und legitim als Argument. Auf der anderen Seite bleibt aber die Frage, wie weit will man mit diesem Bedürfnis nach Einsamkeit und nach dem Alleinsein eigentlich gehen? Ich kann ja auch allein sein, indem ich auf einen einfach unbekannten, aber leichten Berg gehe. Dann habe ich auch meine Einsamkeit. Das Solo-Bergsteigen lebt also, und das sieht man ja sehr leicht, vor allem durch irrationale und nicht sehr gut erklärte Argumente. Das heißt, wir finden die Inspiration für das Solo-Bergsteigen in etwas Diffusem und gleichzeitig Selbstkonstruiertem. Das alles ist übrigens überhaupt nicht schlimm. In Wirklichkeit zeigt es einfach nur, dass wir Menschen nicht immer rational entscheiden und dass wir Menschen manchmal Bedürfnisse haben, die sich eigentlich auch evolutionär bedingt fast nicht erklären lassen. Wir Menschen sind kompliziert und vor allen Dingen sind wir Menschen alle von Grund auf verschieden. Das alles spiegelt sich eben im Solo-Bergsteigen wieder. Das Solo-Bergsteigen ist unfassbar reizvoll. Das werden die meisten so unterschreiben. Die meisten aber werden das Solo-Bergsteigen auch niemals praktizieren, weil sie vielleicht zu viel Angst haben, weil sie vielleicht zu viel Wissen und damit auch wissen, wie viel Risiko man damit letztlich eingeht in manchen Situationen oder vielleicht einfach, weil sie keine Lust darauf haben und weil ihnen das Tratschen und sich unterhalten mit anderen Menschen letztlich am Berg auch wichtig ist. Nicht für jeden Menschen ist das Solo-Bergsteigen etwas und auch ich bin jemand, der nur ganz selten tatsächlich einen großen Nährwert für mich selbst sieht, wenn ich allein unterwegs bin. Aber auch ich bin es sehr, sehr gerne, wenn es eben manchmal die Umstände und die Zeit so erfordert. Auch trainiere ich viel lieber allein als zu fünft oder zu sechst. Das mache ich deshalb, weil ich mich dann tatsächlich selbst besser auf mich selber konzentrieren kann. aber im normalen Alpinismus, wo man ja auch im Prinzip das komplette Erlebnis betrachtet und nicht nur irgendwie einen Trainings- oder Leistungsaspekt, da bin ich tatsächlich die meiste Zeit zumindest lieber zu zweit oder zu dritt unterwegs. Und das, obwohl ich sehr gut weiß, wie es ist, allein unterwegs zu sein. Es ist meistens relativ trist und meistens ist es auch gar nicht so schön, zumindest über die längere Zeit hinweg. Wenn man einmal fünf, sechs Tage lang allein unterwegs war, dann wird man irgendwie gerne wieder in die Zivilisation zurückkehren, gerne mal jemanden wieder sehen, gerne mal wieder einem Menschen Hallo sagen. All das zählt irgendwie auch dazu zum Solo-Bergsteigen. Dass wir sozialisierte und soziale Wesen zugleich sind, dass wir gerne mit Menschen sprechen und dass wir auch gerne den Austausch mit Menschen schätzen, sollten sie uns auch noch so fremd sein. Ich sehe das beispielsweise sehr oft und das betrachte ich immer mit einem bisschen einem wehleidigen, traurigen Auge, dass man manchmal am Berg älteren Menschen begegnet, beispielsweise einem Förster oder einem Bauern aus der Region, der einfach mal irgendwo so unterwegs ist und dann sehr gerne das Gespräch sucht und sehr gerne sich auch mal eine Stunde mit einem unterhalten könnte. Meistens sehe ich dahinter einen Menschen, der vielleicht vor ein paar Jahren schon seine Angehörigen verloren hat, selbst keine Kinder hat und jetzt eben allein unterwegs ist und sich alleine um seine Schafe kümmert. Aber all das wirkt meistens irgendwie ein wenig traurig, ein wenig verzweifelt. Deshalb, wir sollten uns nicht nur auf das Alleinsein beschränken, sondern sollten trotzdem auch immer noch die Zweisamkeit genießen am Berg, sofern wir natürlich auch die richtigen Menschen dafür gefunden haben. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr immer mit den richtigen Leuten unterwegs seid und dass die richtigen Leute auch manchmal keine Leute sind, denn das ist genauso legitim, wie in großer Gruppe unterwegs zu sein. Und ob ihr das Ganze so tut, dass ihr euer Leben dabei riskiert oder ganz gemütlich einfach nur alleine wandern geht, das ist für mich persönlich und das ist ja alles nur subjektiv und da könnt ihr auch immer eine ganz andere Meinung dazu haben, das ist für mich persönlich vollkommen in Ordnung. Ich verurteile niemanden, der alleine auf eine Hochtour geht und dann irgendwo verschwindet. Und ich verurteile auch niemanden dafür, wenn er alleine in eine Skitour einsteigt oder in eine Freeride-Route einsteigt und dann von einer Lawine verschüttet wird. Ich gehe davon aus, auch wenn ich es manchmal anzweifle, aber ich gehe davon aus, dass diese Menschen eine gute Selbsteinschätzung hatten, denn sonst wären sie wahrscheinlich nicht alleine losgezogen. Insofern glaube ich, dass jeder Mensch, der am Berg stirbt, nicht freiwillig stirbt, jedenfalls nicht, definitiv nicht, aber dass die Menschen, die es sich selbst sehr, sehr leicht machen, am Berg umzukommen, meist auch relativ genau wussten, was sie da vorhatten. Das ist zumindest meine Einschätzung und meine Meinung. Und wenn eure Meinung hier eine ganz, ganz andere ist, dann könnt ihr mir das natürlich wie immer gerne an kontakt.alpenacademy.at schreiben. Ihr könnt mir dazu gerne eine Mail schreiben, ihr könnt das gerne in die YouTube-Kommentare packen und wir können gerne darüber diskutieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.